das habe ich ausgewählt um das Let's Play zu machen sonst hätte ich hier die Save-Data dann hätte ich schon bei Level also dann hätte ich mein Super-Schiff schon wenn er versteht Let's Play muss ja von vorne sein und nicht irgendwo drin anfangen If we just want to go back to the shop screen klick hier ja also ihr seht das ist nicht wirklich Game Over man kann immer noch zurück ja und deshalb ist das auch nicht so tragisch wir spielen jetzt einfach weiter bis wir ganz viel Geld haben und das Super-Ship Archivement und wenn wir Wave 20 komplettiert haben ja so lange spiele ich jetzt das kaufe ich wieder das habe ich nur zum Test gekauft hätte ich eigentlich gar nicht machen können weil das ja... weil da reinzukommen hat ja schon anders mit Zeit ja jetzt kommt die Wave 20 und ich hoffe wir schaffen sie und dann kommt Super-Ship Archivement hoff ich ansonsten selbst Aue haue dann weiß ich nämlich nicht wie ich Super-Ship... äh Super-Ship wird Super-Ship bekommen haben eigentlich nicht ja wir haben wir haben pfff ja New Archivement Wave 20 complete äh Wave 20 complete kein Super-Ship ich will mein Super-Ship verarbeiten hm hm ich glaube das ist wenn man das könnte natürlich sein wenn man zwölf Parts hier drin hat und alle davon Level 5 sind das kann natürlich sein das erscheint mir logisch das kann sein das ist nicht unlogisch hm 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 ja wir sind brauchen gut ja ich ich mich ja ja jetzt hat sich getrennt sehr viel Geld da kriegt man nicht ich hatte mit meinem alten selbst wohl in Frieden um hatte ich glaube ich 300.000 Dollar schon zusammen 300.000 ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass ich so viel hatte das Gute ist jetzt muss ich nicht immer was sagen ihr hört ja den Ingame Sound geil wenn es funktioniert kann auch sein dass es irgendwie abkackt oder so aber ich hoffe es nicht ich hoffe es nicht was von das ist nicht so ja 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 das braucht man gar nicht mehr zu ziehen das erledigen die Raketen schon für sich äh für dich für dich für sich ok ums jetzt schnell zu machen mache ich einfach kurz kurz ein Prozess das muss scheiße ja ok dann mache ich kein kurz ja ihr seht jetzt kann ich euch noch mal zeigen die hängen in der Luft und die sind nicht auf beiden Seiten auf der direkten Position verdammt noch mal ja ich bin da sehr pink und ich hab auch schon gesagt ich hab's doch war ich jetzt gerade auch wieder wow viel Geld auf einer Stelle das ist doch toll das ist echt toll ach so und ja man kriegt immer um die 400 500 ähm Geld pro Coin ja die den heißen kurz also mensch wenn ich mich nicht schreue ach so ja klar jetzt weiß ich auch warum die alle in die Mitte kommen ich hab doch 3 Magnete auf Level 5 ja mal klar ich bin die die bei alle zu mir und damit zu böschen die jahre böschen ich hatte recht man braucht zwölf Parts und die alle müssen in der 5 sein. Ja, ich würde sagen, das war es auch schon. Fast. Ich zeuge euch jetzt das Good Ending. All unser Geld wird weg sein. Ja, da muss man nicht mehr viel sagen. Das ist auch geil, oder? Ist saftig geil. Einen besseren Game Over Screen oder Win Screen hätte ich mir nicht vorstellen können. Hier? Ach ja, die Musik ist auch epic. Ja, damit müsste ich mich auch schon verabschieden für dieses Browser Game auf jeden Fall. Ich scrolle noch eben nach oben, damit ihr auch alles seht von dem Bildschirm. Ja. This is you and you rock! This is the enemy and they suck! Reimt sich. Ha! You made some awesome upgrades! You're the best winner I've ever seen! Congratulations forever! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!